Hallo und herzlich Willkommen zum A1 Update. Nur im Jänner gibt es das iPhone SE für Bestandskunden und bis zu 50€ günstiger. Wir wandeln dich im Windkanal und zeigen dir von dort aus 5 Fakten über das Huawei Mate 10 Pro. Den Testbericht liest du am A1 Blog. Nur noch weniges Stück. Smartphone Klassiker wie das iPhone 6S gibt es jetzt im Next Up Verkauf besonders günstig. Mehr auf A1.net Alle Links findest du wie immer in den Kommentaren. Danke und bis nächste Woche.